Möchten Sie dem Geheimnis des Appenzellerkäses auf die Spur kommen? Dann besuchen Sie die Schaukäserei, wo sie Chlaus auf dem iPad durch alle Produktionsschritte führen wird. Von der glücklichen Kuh über die Wandlung von der Milch zum Käse bis zur Reifung durch eine salzige Wellnessbehandlung können Sie die Entstehung des Käses mitverfolgen, teilweise sogar live. Ob Sie allerdings dem sagenhaften Geheimnis auf die Spur kommen, sei hier noch nicht verraten. Aber ein Besuch lohnt sich bestimmt auch so. Überzeugen Sie sich selber. Wir freuen uns, Sie in der Appenzeller Schaukäserei begrüßen zu dürfen.